Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Cosei Classic. Wir befinden uns hier im Schlangenschein und bevor wir uns mit dem vierten Boss beschäftigen, wollte ich noch einen kleinen Zusatz bringen zu Leoteras, dem Blinden oder der Blinde. Und zwar hatten wir im Kill Video nicht das Vergnügen, dass ich selbst einen der Dämonen bekommen habe. Hier in unserem zweiten Kill, ein ID später, konnte ich allerdings dann auch einmal mit meinem eigenen Dämonen umgehen oder den bekämpfen. Und wir werden gleich mal sehen, wie das so funktioniert, wenn man einen Dämonen bekommt und was man denn als Hunter alles so machen muss. Im Vorhinein lege ich immer, bevor er diese Dämonen beschwört, meine Frostfalle hin, sodass die direkt verlangsamt sind. Und ihr seht, jetzt habe ich so einen Dämonen selbst, die haben 12.200 Leben und muss ihn verlangsamen. Habe mein Pad auch mit drauf geschickt, dass das mit Damage macht und probiere halt mit Nahkampfangriffen und meinem Arkanenschuss das runter zu bringen. Wenn er einen Schattenblitz kostet, ist das umso besser für mich, weil dann kann ich nämlich ganz entspannt meinen zuverlässigen Schuss auch wirken. Wichtig ist, dass ihr ihn halt rechtzeitig runterbringt. Das ist mir hier gelungen. Auch wenn es als Jäger vielleicht ein bisschen schwieriger ist im Vergleich zu anderen TDs, aber nichts im Vergleich zu Offtanks oder Heilern. Die haben es natürlich noch schwerer. Noch ein kleiner Zusatz im Vergleich zu unserem Kill-Video. Ihr seht hier, dass er auch unterhalb von 15%, wenn er sich aufgeteilt hat, er rumwirbeln kann. Das war beim Kill-Video irgendwie nicht der Fall. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er die Fähigkeit dann irgendwie gar nicht hat. Hat er aber. Also auch bei 15% oder unterhalb von 15%, wenn ihr beide Phasen von ihm gleichzeitig bekämpft, auch dann hat er das Wirbeln. Was er allerdings nicht hat, ist die Dämonen noch zu beschwören. Also das macht er dann wirklich nicht mehr. Aber ihr müsst natürlich den Schatten noch tanken von ihm. Okay, das war es im Endeffekt dann zum Zusatz von Leo Terras. Und ihr seht jetzt gleich, dass wir ein neues Loot-System haben bei uns im Raid. Das wird über ein Add-on gesteuert. Und dass wir, ja, so ein bisschen eine Mischung zwischen Rollen, dem Pre-Use-System, was man so hat. Und ein bisschen wie DKP kann man sagen. Man hat quasi einen Listenplatz. Am Anfang ist der random-mäßig zusammengelegt. Und sobald man ein Item bekommt über First Need, gibt man dafür seinen Listenplatz auf und wird quasi komplett an das Ende der Liste wieder herangesetzt. Es erhält immer der, das Item, der den höchsten Listenplatz hat von allen, die geboten haben. Wenn es First Need ist. Bei Second Need, also es wird das Item immer erst verrollt für First Need. Wenn niemand das für First Need haben möchte, dann kann für Second Need automatisch über das Add-on gerollt werden. Da erhält es dann der Spieler, der den höchsten Würfel-Roll bekommen hat. Und da wird allerdings dann auch kein Listenplatz für aufgegeben. Okay, wir machen jetzt weiter. Hier kommen jetzt immer so diese Dreiergruppen in, äh, diese Dreiergruppen an, an, ja, Verlassenen, nein, nicht Verlassenen, sondern an, äh, Versklavten Dranai hier, ähm, die uns, sich uns in den Weg stellen bis zum nächsten Boss. Und wenn wir dann einen kurzen Cut machen und uns in den Raum des nächsten Bosses wiedersehen, werdet ihr dann noch ein paar andere Gegner sehen. Bis gleich! So, einfach den Raum folgend kommt ihr dann, oder den Gang folgend, kommt ihr dann in den Raum des nächsten Bosses. Der nächste Boss steht jetzt rechts von uns, den seht ihr jetzt erstmal nicht. Wir pullen jetzt, äh, zunächst die ganzen Tiefensumpf-Lords oder Kolosse, die hier drin zu finden sind, ähm, in den Gang mit rein, sodass wir keinerlei Gefahr haben, den Boss zu adden. Und ihr habt es vielleicht schon im Augenwinkel dann, äh, mitbekommen, es kommt auch am Ende des Bossraumes noch eine Pad aus Nagas uns entgegen. Die werden wir dann ebenfalls noch bekämpfen, bevor wir den Boss angreifen. Man kann sie ignorieren, wenn man möchte, ähm, besteht natürlich dann immer die Gefahr, dass sie dazu geaddet wird. Und nach dem Bossfight, wenn man weitermacht und sich dem fünften Boss zuwendet, muss man die Pad eh machen. Von daher kann man sie auch jetzt einfach schon angreifen und erledigen. So, der letzte Koloss stirbt, beschwört nochmal Ads. Das ist auch eine der Fähigkeiten, die diese Kolosse haben. Also die können auch nochmal kleinere Ads beschwören. Bei den kleinen Ads immer aufpassen. Die haben, ähm, in regelmäßigen Abständen Agro-Resets. Und, äh, werden dann natürlich in den Raid reinrennen, um die anderen Spieler anzugreifen. Da dann immer Obacht geben mit eurer Agro. Okay, übrigens, die tiefen Sumpfkolosse könnt ihr kirchnern. Die geben immer ganz schön, äh, ganz schön Anteil an Kräutern. Ich finde das ein bisschen unfair, dass man die Kolosse kirchnern, äh, kräutern kann. Aber die, äh, ganzen, die ganzen, äh, Rochen und so, die die Nagas hier als eigenständige Gegner haben, dass man die dann nicht kirchnern kann. Das finde ich nicht in Ordnung, aber so ist das eben. So, wir bereiten jetzt nochmal den Pull von der letzten Gruppe vor. Wichtig für die letzte Gruppe, ihr seht jetzt auch schon das Problem, äh, unser Tank stand noch unten. Diese Kante, an der unserer Gruppe gerade steht, ist so ein bisschen Line of Sight. Also ihr seid da nicht im Sichtfeld. Da müsst ihr definitiv aufpassen. Ähm, das ist ein bisschen Line of Sight. Dass ihr am besten alle oben steht. Und, äh, bei der Gruppe hier ebenfalls, äh, ordentlich aufpassen. Diese tiefen Hexen, die mit dabei sind, die schmeißen euch nach hinten weg. Und übernehmen auch teilweise die Leute, die als erstes erstmal fokussen. Und durch das Wegschmeißen könnte es passieren, wenn ihr weiter rechts steht als diese Säule, dass ihr dann auf den Boss quasi geschmissen werdet. Oder in Richtung des Bosses und, äh, der im Endeffekt dann gepullt wird. Deswegen schön Links sammeln im Raum und, äh, dann am besten zuerst die Hexen fokussen. Genau. Nachdem die Gruppe dann besiegt ist, können wir uns, äh, in Ruhe dem Boss widmen. Ähm, wir werden auch nahezu den, äh, Großteils dieses Raumes hier nutzen. Ihr seht auf der Minimap, diese vier Punkte, das sind diese Säulen hier. Vier Stück sind in dem Raum dargestellt. Und diese Säulen dienen quasi so ein bisschen als, ähm, Positionierung für den Boss. Oh, hier gab es noch ein Random Epic Super Wurfwaffe. Was für Schuriken vielleicht oder Krieger. Oder, dass ich meine Wurfwaffen hochskillen kann, ne. Aber naja. Ähm, dafür kann ich auch eine andere Wurfwaffe nehmen, wenn ich da mal Lust dazu hätte. Genau. Ähm. Kommen wir dann auch mal endlich zu dem vierten Boss. Mal sehen, wann ich, äh, eine Position finde, dass wir die Bosse uns mal ansehen können. Zunächst werde ich mal noch ein bisschen Buffhut einwerfen. Die Wurfwaffen werden noch verrollt. Und dann schauen wir uns gleich mal den Boss an. Ich kann ja schon mal etwas spoilern. Der Boss besteht aus insgesamt vier Gegnern. Ein Hauptboss und drei Nebengegnern, die wir besiegen müssen. Hat so ein bisschen was vom Council bei Krul. Also dem ersten Boss in Großunterschlupf. Nur eben mit weiteren besonderen Fähigkeiten. So, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt gleich umschwenke. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay. So, bevor wir jetzt hier, äh, loslegen mit dem Boss, wieder die kurze Bosserklärung. Wir haben die vier Gegner zu besiegen. Starten mit Totenkopf. Dann X. Dann Viereck. Und am Ende kommt der Hauptboss erst dran. Den Grund nenne ich gleich. Wir fangen mit der Bosserklärung aber trotzdem mal mit dem Hauptboss an. Das ist nämlich der Tiefenlord Kaladress. Ja, Kaladress. Ähm, der hat im Endeffekt erstmal nur eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist ein AOE-Cast auf fünf Spieler. Welcher 50% des maximalen Lebens des jeweiligen Spielers an Schaden verursacht. Das bedeutet natürlich, dass bevor er diesen Cast macht, sollten sämtliche Spieler im Raid mehr als 50% Leben haben. Weil natürlich nicht feststeht, wen er angreift an den Spielern. Und dieser Angriff ist auch instant. Das heißt, man kann dann nicht reagieren und vielleicht noch schnell einen Gesundheitsstein oder so nehmen. Ergo, für die Heiler wichtig, haltet den Raid oben mit dem Leben. Vor allen Dingen auch die Tanks, dass die nicht unter 50% droppen. Weil auch die Tanks kann dieser AOE treffen. Ansonsten teilt er eben Melee-Hits aus und wird von einem Tank genau an der Position getankt, wo er jetzt gerade steht. Dann kommen wir zum ersten seiner Begleiter. Das ist hier der Totenkopf. Der, lass mich sehen, Flutwess heißt der glaube ich. Tiefenwächter Flutwess. Das ist ein Schamane. Und wie bei Schamanen so üblich, stellen Schamanen gerne Totems auf. Diese Totems sind quasi auch seine Fähigkeit. Und er hat ein besonderes Totem, was ein Feuertotem ist. Dieses Feuertotem castet dann eine Feuersalve, die jeden im Raid trifft. Glaube ich. Entweder jeden im Raid oder zumindest 40 Meter oder 50 Meter Reichweite hat. Und dieser Feuerschaden ist schon ziemlich stark. Also der haut 20% oder so von jedem Spieler runter. Sollte man verhindern, indem man das Totem so schnell es geht down-fokust. Das hat 25.000 Leben. Und das sollte man wirklich als Priorität Nummer 1 fokussen. Um diese Totems loszuwerden, vernichten wir eben den Schamanen als erstes. Jetzt hat der Hauptboss Kaledras allerdings eine besondere Fähigkeit. Und zwar übernimmt er eine Fähigkeit seiner Begleiter, sobald diese sterben. Von dem Schamanen erhält er genau dieses Feuertotem. Was natürlich bedeutet, dass sobald der Schamane tot ist, wir trotzdem während des gesamten Kampfes mit diesem Feuertotem weiterarbeiten müssen. Okay. Nummer 2 in der Prioliste ist der mit X markierte Jäger, der hier vor Kaledras steht. Dieser Jäger hat auch wieder zwei Fähigkeiten. Die eine Fähigkeit ist ein Enrage, den er sich selbst gibt. Damit verursacht er mehr Schaden und haut halt einfach stärker zu. Diese Fähigkeit wird er auch an Kaledras vererben, wenn er dann das Zeitliche segnet. Die zweite Fähigkeit, die er hat, ist es ein Begleiter, ein Tier zu rufen. Das kann entweder ein Rochen sein oder ein Baumling, wie wir es in den Gruppen vor Leoteras gesehen hatten. Der Baumling macht AOE Damage im Raid. Der Rochen ist, glaube ich, auch mit dem Debuff oder so ausgesetzt. Die Begleiter sind allerdings weniger interessant, würde ich jetzt mal sagen, von dem Hunter. Hunter einfach mit Antanken und ein bisschen draufhauen. Das Fokusfeuer geht dann wirklich auf den Hunter drauf. Hunter und Schamane werden am Anfang hier an unserer Säule, die jetzt links von uns ist, getankt, während der Boss weiter an der Position getankt wird, wo er jetzt steht. Sobald der Schamane down ist, zieht der Main Tank den Boss Kaledras mit zu uns, wo wir immer noch den Jäger bekämpfen. Hat einfach den Sinn, weil der Boss ja dieses Totem erbt. Und das Totem stellt er natürlich neben sich auf. Und deswegen ziehen wir dann den Boss quasi zum Jäger mit hin, dass wir den Jäger fokussen. Und wenn der Boss das Totem dann stellt, dass wir das Totem dann mit umhauen. Warum ziehen wir eigentlich den Boss nicht gleich mit rüber oder bekämpfen alle drei dort, wo sie gerade stehen? Hat den Hintergrund, dass Kaledras, sobald er selbst auf unter 75% Leben droppt und noch einer seiner drei Begleiter am Leben ist, erhält er einen Enrage Buff, dass er mehr Schaden verursacht. Und dieser Enrage Buff ist halt schon ziemlich heftig. Und das gilt es zu verhindern, dass der Boss eben gebufft wird. Deswegen am Anfang tanken wir ihn weit ab davon, dass er nicht so viel Damage bekommt. Dann, wenn wir den Jäger killen, tanken wir ihn beim Jäger wegen des Totems. Achten aber darauf, dass auf Kaledras selber nicht so viel Schaden gemacht wird. Die dritte im Bunde ist hier mit Viereck markiert, die Priesterin. Diese Priesterin ist die Heilerin der Gruppe. Und sie werden wir rechts neben unserer Positionierung auf der Minimap gesehen, hier links, an die dritte Säule tanken und zwar Line of Sight, also hinter die Säule stellen. Hat den Grund, dass sie, wenn sie ihre, oder sie wirkt in regelmäßigen Abständen, eine Heilung. Und die sollte womöglich gekickt werden. Aber wenn sie durchkommt, dann wird durch dieses Line of Sight diese Heilung dann ihre Kollegen, also die anderen drei Gegner quasi nicht erreichen. Sie hat dann noch zwei weitere Fähigkeiten und zwar wirkt sie auf Range gesehen einen Wirbelsturm, der in etwa so fungiert wie in Karasan beim Opern-Event, Zauberer von Oz, die böse Hexe. Man wird nicht ganz so weit nach oben gewirbelt, aber während man gewirbelt ist, kann man halt nicht gut interagieren. Ich glaube Instants können funktionieren, aber ansonsten alle Zauberer, die Cast-Zeit benötigen, sind halt dann nicht möglich. Und die zweite Fähigkeit ist, dass sie in regelmäßigen Abständen um sich herum quasi eine Massen-Eiskälte-Falle legt, kann man sagen. Aber eben instant. Man wird einfach um sie herum in ein Frostgrab eingefroren, wo man dann für ein paar Sekunden nichts machen kann. Daher ist es auch wichtig, dass nur ein Tank und ein paar Range-DTs zum Kicken und Heiler bei ihr mit hinten stehen. Und sobald Schamane und Jäger tot sind, werden wir sie fokussen und bringen sie dann quasi, ja, bringen sie dann mit unseren Range-DTs um, während die Milis weiter beim Hauptboss, bei Kaladress stehen und sich primär erstmal um das Totem kümmern. Wichtig natürlich, die Milis dürfen nicht so viel Damage machen, dass Kaladress bereits unter 75% kommt, bevor sie stirbt. Das ist die Voraussetzung. Wenn sie stirbt, bekommt Kaladress dann auch diesen AOE-Frost, also diese Eiskälte-Falle quasi, um sich herum. Das heißt, entweder, dass die Milis, bevor er die Fähigkeit einsetzt, obwohl die Timer bei Deadly Boss Moods und auch bei Big Wix nicht ganz so richtig stimmen, also man kann das proaktiv kaum verhindern, die Milis sich von dem Boss etwas entfernen oder man muss dieses Einfrieren dann halt einfach gegenheilen und hat für die Zeit dann erstmal weniger Schaden. Das muss man dann, ja, sehen, wie man das handhaben kann. Genau, und sobald alle drei Begleiter tot sind, dann erhält, oder hat Kaladress diese drei zusätzlichen Fähigkeiten zu seiner eigenen, also insgesamt vier Fähigkeiten, den AOE auf fünf Spieler mit 50% Schaden, das Frostgrab, den Enrage des Hunters und das Feuertotem, was definitiv Prio Nummer 1 hat. Das wäre es im Endeffekt schon zum Bossfight und dann sehen wir uns dort direkt wieder, wenn der Bosskampf beginnt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Unsere Tanks sind eingeteilt, also wir haben hier mit vier Tanks gespielt, jeder Tank nimmt sich quasi einen Gegner. Wir werden jetzt den Tiefenwächter Flutwess fokussen, also den Schamanen. Aufgeschossen werden die durch den Hunter. Unser Main Tank schnappt sich Kaladress. Unser Parler Tank hier fängt mit dem Tiefenwächter an. Ihr seht, der Hunter hat jetzt seinen Tiefenlauerer beschworen, der hier so ein bisschen durch den Raid läuft. Da müssen die Tanks gucken, dass sie den einfangen können. Er hat nämlich schon einen unserer DEDs jetzt getötet. Von der Seite habt ihr gesehen, dass der Boss seinen Schwall gezogen hat. Und gleich dürfte auch das Totem vom Schamanen kommen, während wir ihn hier fokussen. Da kommt das Erdbindungs- und da kommt das feuerspuckende Totem. Das fokussen wir. Alle anderen Totems hier, Giftreinigung und Erdbindung, könnt ihr gedroht ignorieren. Im AOE, wenn ihr AOE Spells macht oder so, gehen die mit der Zeit mit unter. Aber die sind unwichtig. Das feuerspuckende Totem ist wichtig. Darauf wird gefokust. Okay, dann habt ihr gesehen, was passiert, wenn so ein Chaos durchkommt. Das hat schon ganz schön viel Schaden verursacht. Und ihr seht auch, dass ein paar Spieler unter 50% sind. Die müssen jetzt schleunig getoppt werden, dass sie vom Boss nicht getötet werden. Und Stück für Stück geht jetzt der Schamane langsam aber sicher down. Wie gesagt, das AD vom Hunter können wir gedroht ignorieren. Das wird halt einfach mit aufgetankt. Da kommt ein bisschen mehr Damage natürlich auf die Tanks rein. Muss dann gegengeheilt werden. So, der Boss bekommt jetzt die gleiche Fähigkeit. Deswegen wird er rübergezogen. Und wir fokussen jetzt den Hunter. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe auch die Fähigkeit abbekommen. 50% Leben wurden abgezogen. Und ihr werdet kurzzeitig niedergeschlagen, sodass ihr nichts machen könnt. So, und dann wird auf den Hunter draufgegangen. Jetzt kommt wieder das feuerspuckende Totem, diesmal vom Boss. Hat den gleichen Anteil an Lebenspunkten und wird down gefokust. Der Jäger hat zum zweiten Mal seinen Tiefenlauerer beschworen. Also heute kein Rochen, aber im Endeffekt, ja, die beiden Ads machen nicht viel. Müssen halt einfach nur eingefangen und getankt werden. Stück für Stück geht jetzt der Hunter down. Jetzt müsste er gleich, genau, das Totem kommt wieder. Ich wurde nochmal umgeworfen und habe Schaden bekommen vom Boss. Totem ist down und der Hunter fällt jetzt auch gleich um. So, und jetzt gehen die ganzen Ranges schön auf die Priesterin. Ihr seht hier unten, sie wird um die Ecke getankt. Tiefenwächterin Karybdis. Das ist ein komischer Name. Ihr seht den Wirbel, da am besten rausgehen. Den AOE-Blitz, den sie noch macht, den hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Den muss man natürlich gegenheilen. Die Gruppe schön oben halten. Die Heilung kicken. Und, ähm, natürlich auch das Frostgrab, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Hier habt ihr, ja, gesehen. Ihr AOE und der, ähm, vom Boss hat beides ganz schön reingehauen. Ähm, da bin ich fast gestorben. Der Wirbel kam jetzt direkt unter mir. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Aber da ich wieder gelandet bin, oh, jetzt wäre ich auch fast gestorben. Also die Kombination aus ihrem AOE und dem Treffer vom Boss. Ich glaube, das ist für einen Nicht-Survival-Hunter, kann das schon tödlich enden. So, aber dann stirbt sie auch gleich. Wir müssen natürlich Obacht geben, dass, äh, wir sie umbringen. Kaletres, Karatres heißt er. Hat jetzt nur noch 80% Leben. Das heißt, sie muss jetzt wirklich sterben, ähm, bevor wir auf den Boss switchen können. Der Boss hat jetzt natürlich auch sein Schatten- oder Eiskrab noch mit als Fähigkeit. Das Totem müssen wir schnell killen. Der hat einmal den Cast erst einmal durchgekommen. Bei dem Totem habe ich auch gemerkt, das ist ein kleines bisschen komisch. Ähm, jetzt ist er gerade in Enrage. Ähm, das Totem ist ein kleines bisschen komisch. Und manchmal braucht es 10 Sekunden, bevor es sein Cast wirkt. Und manchmal wirkt es sein Cast irgendwie instant. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, ne? Hier habt ihr gesehen, jetzt hat es so 2-3 Sekunden gedauert. Ein Cast hat es durchbekommen. Ähm, manchmal dauert es halt wirklich wesentlich länger, bis es den Cast anfängt. Und, äh, manchmal geht es instant der Cast los. Das ist halt wirklich... Naja, ähm, Berserker in 5 Minuten. Also auch ein bisschen Damage müsst ihr mitbringen. Aber ist jetzt nicht so kritisch wie bei Leo Terras. Ihr seht wieder, der, äh, Boss ist wieder im Enrage. Macht jetzt sein Eiskrab. Da kommt natürlich jetzt sehr viel Damage auf den Tank rein. Wenn er im Enrage ist, der Tank ist eingefroren, kann sich nicht wehren. Da müsst ihr Overheal auf den Tank wirken. Und er macht natürlich immer noch seine weitere Fähigkeit. Die Leute umzuhauen. Die Nova, die um ihn herum ein bisschen AOE-Damage macht. Wieder aufs Totem switchen. Es wiederholt sich in dem Kampf sozusagen alles. So, und dann sind es auch schon die letzten paar Prozente, die wir umhauen. Und da ist der vierte Boss nach knapp 6 Minuten auch Geschichte. Der vierte Boss hat auch gleichzeitig das zweite Token für uns, nämlich die Hosen. Und was ihr hier auch habt, ist die Fortsetzung der Questreihe für, ähm, das Attunement des Black Tempels. Ihr könnt nämlich hinter diesem Boss mit Seer Ulum sprechen. Und, äh, habt dann die Möglichkeit, die Questreihe im Black Tempel fortzusetzen. Und das werden wir dann zu gegebener Zeit auch machen. Hier einfach nur mit als, ja, kleine Dreingabe hinter dem vierten Boss Karatres könnt ihr dann mit Ulum sprechen und die Questreihe fortsetzen. Und ihr seht jetzt hier, wenn ihr unser Add-on hier habt, ne, es sind jetzt die Tier 5 Hosen für Jäger, Magier, Hexenmeister drin. Ich habe die Möglichkeit jetzt auf Bit meine Position in unserer Reihe quasi zu opfern, um dieses Item mir zu holen. Urugan ist allerdings höher gelistet oder der höchste, ähm, der auf Bit gedrückt hat mit der Position 3. Das heißt, selbst wenn ich jetzt auf Bit drücke, würde ich das Item nicht, nicht bekommen. Und es wird natürlich immer nur der zurückgesetzt, der dann auch das Item erhält und nicht alle, die auf Bit gedrückt haben. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die nächsten Bosse in, äh, Schlangen schreien, beziehungsweise im Auge des Sturms angehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!